Geht weg, Fremder! Verlasst diesen Ort! Dies ist das Reich Malassas. Ihre Geheimnisse sind nicht für euch! Ah, ich verstehe. Der Priester hat sich nicht nur geopfert, sondern diese Ebene mit seiner Seele vom Rest der Geisterwelt abgesperrt. Hört auf, solange ihr könnt, oder verliert euch im Dunkeln. Lauft im Kreis, ewig gefangen im Labyrinth des eigenen Verstandes. Ist dir nicht klar, dass du über dich selbst redest? Dahin führt ein blindes Vertrauen immer. Zum Glück glaube ich nur an mich selbst. Naja, dann wollen wir mal sehen, ob wir wirklich den Weg dorthin finden, wo wir hinmüssen. Da scheint alles zu sein. Das heißt, da müssen wir eventuell hin? Ne, hier kommt man gar nicht durch. Das erinnert mich so ein bisschen an das Gefängnis, in dem wir mit Crackhack saßen. Ja, keine Ahnung, wo wir hinmüssen. Wir gehen erstmal. 133 von euch. Das ist nicht viel. Sehr schön. Bald wieder ein Level up. Dann haben wir also sehr viele Elementare zu bekämpfen. Ich glaube Feuer, Wind habe ich jetzt gesehen. Dunkel, Elementar, die Maske des falschen Gesichts. Da will ich hin. Okay. Alle Elementare auf einmal bis auf Feuer. Gewonnen. Oh, Level up. Und nochmal Angriff Magie dazu. Das ist schön. Und wir holen uns... Ta-da! Wassermagie 3. Damit ist jetzt auch unser Eisring noch viel stärker. Die Maske des falschen Gesichts. Aufgabenbestandteil. Endlich! Die Maske des falschen Gesichts ist mein. Nun, da die Seele des Priesters zerstört wurde, wird das Gefilde des Heulosen auf zu existieren. Ich muss gehen. Später ist noch Zeit genug, die Kräfte des Rings für meine Zwecke meistern zu lernen. Und wieder ein Level up. Wahnsinn. Jeder Abschied ist ein kleiner Tod. Verlass das Gefilde des Heulosen. Und wo? Achso, das Portal funktioniert jetzt auch in die andere Richtung. Ja, wir holen uns vorher noch die Erfahrungspunkte. Ja, war ganz nett. Was ist denn mit dem anderen passiert? Wie habe ich den denn vernichtet? Kann ich gerade nicht nachvollziehen, aber ist auch egal. Hauptsache, wir kommen hier raus. Sandro spürt die Bedrohung durch eine starke Macht. Er ordnet seine Arme, um darauf vorbereitet zu sein. Ich hoffe, Sandro braucht nicht lange. Mir gefällt es hier nicht. Bei Elraths funkelnden Augen. Was seid ihr für ein Bräume? Ah, ihr müsst Sandro's Spielzeug sein. Lucrezia, nicht wahr? Ihr seid beherzt und klug. Und doch blind für das Netz der Täuschung, das er um euch gesponnen hat. Worüber sprecht ihr da? Hört auf, ihr seid klüger. Der Tod des Stierherzogs, die Gerüchte über euch. Nur eine Maskerade, um euch dahin zu bringen, wo er euch haben wollte. Ihr wollt sagen, Sandro hat all das getan? Er hat alles geplant? Das kann er gut. Manipulieren. Ränke schmieden. Und wenn man es am wenigsten erwartet, ein Dolchstoß. Ihr habt euer Land und euren Glauben aufgegeben, um ihm zu folgen. Jetzt hat er euch verlassen. Und ihr werdet sterben. Wie Traum. Lucrezia, was ist denn? Hallo, alter Freund. Belkett. Belkett. Ich hatte mich gefragt, wann ihr auftauchen würdet. Es kränkt mich, dass ihr nicht persönlich kommen konntet. Obwohl ich beeindruckt bin, dass ihr Drachen beschwören könnt. Ich bin Ashas Dien. Ihre Kraft ist meine Kraft. Und Ihre Kraft kennt keine Grenzen. Ihre Macht ist nur ein winziger Funke in der unendlichen Leere. Eure Macht ist gewachsen. Mehr als ich dachte. Aber meiner auch. Sowas in der Art habe ich mir gedacht. Er hat nur noch wenige Lebenspunkte. Ich weiß nicht, wie das jetzt kommt. Nur noch 35.000. Und wir nehmen erst mal den Kettenblitz und hauen da drauf. Sehr schön. Dann gehst du auf die da. Boah, sind ein paar gestorben, aber das geht. Warum habe ich 26 von denen? Ach so. Ich habe wieder irgendeine Armee gestellt bekommen. Oh, sowas mag ich gar nicht. Okay. Ja, die heilen denen. Das habe ich mir gedacht. Sehr gut. Erst mal den Eisring auf die beiden. Ja, ist nicht schlimm. Jetzt ist nur noch er übrig. Mal sehen, wie viel er aushält. Ups. Ups. Ach so. Der, der mit dem Kreisel angreift, der heilt ihn. Aha. Gut zu wissen. Ja, wir können wieder zaubern. Blitzstrahl. Ach, Dreck. Vergessen. Das darf nicht allzu häufig passieren. Was ist das? Lebensentzug. Ich muss erst mal meine Liche oder irgendwas heilen. Skelettsperrwerfer. Nee, halb mal die. Okay. Wer ist dran? Du. Nein, du machst eine Pause. Regeneration. Teleportieren. Das ist alles Blödsinn. Regeneration. Ach komm, greif an. Was ist das? Eisiges Netz. Äh, nee. Abwarten. Wie lange hält denn das noch? Leben im Tod. Ihr heilt das Drachengespenst, anstatt ihm Schaden zuzufügen. Dauer vier Runden. Noch eine Runde. Okay. Gut, jetzt in der nächsten Runde müsste es vorbei sein. Nach der nächsten Runde. Okay, der nächste, der ihn heilt. Gut, es ist vorbei. Ach, Dreck. Das war der Falsche. Ah, das sind meine eigenen Fehler. Ich habe keine Magie mehr. Ah, jetzt hat er es selber weggeblasen. Sehr schön. Gut, er ist schon mal weit unter der Hälfte und ich kann wieder Leute beleben. 87, 120. Oder wir warten noch, dann können wir sogar Namtaros wieder beleben. Gezaubert werden kann nicht mehr. Einfach so rauf. Ich muss aufpassen, dass die 59 Liche oben nicht angreifen. Ah, jetzt dürfen sie. Okay. Der nächste, der verletzt wurde. Bald darf ich die Namtaros einsetzen. Ausgezeichnet. Jetzt kann ich auch Namtaros wieder beleben. Gleich geschafft. Ah, das macht auch ordentlich Schaden. Au, wenn er zubeißt, auch. Ich glaube, das passiert erst auf einer gewissen Stufe. Nein, du greifst nicht an. Du schon. Okay, du machst nichts. Oh, nicht mehr lange. Du kannst nichts machen. Jetzt kann nur noch einer angreifen. Ja. Ha, 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 ha. Das nenne ich Strategiespiel. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Danke. ich habe versagt die bestie kam aus dem nichts meine kräfte des lichts waren nutzlos fürchtet den tod nicht er ist nur ein schritt auf dem weg euch über die grenzen dieses weltlichen gefängnisses zu erheben was der drache gesagt hat es stimmt oder ihr habt den herzog getötet und die gerüchte über meine beteiligung verbreitet für mein exil gesorgt damit ich in eure dienste trete hast ihr mich lucretia ihr habt immer noch die wahl wenn ihr ein sklave bleiben und das geschenk nicht wollt kann ich eure seele zu ascha schicken eigentlich bin ich beeindruckt ihr seid ein herrliches raben aß und hattet recht ihr könnt mich so viel lehren und das werde ich mein kind ich fühle mich wie neu stärker was nun zuerst werdet ihr lernen glaubt ihr als schon ist die einzige welt in der leere ich weiß es gibt andere welten jenseits des schleiers in denen uns ascha gehüllt hat ich habe sie gesehen es gibt einen weg durch den schleier um unsere seelen aus diesem gefängnis zu befreien das zu tun müssen wir nur einen gott ermorden schauen wir also ob diese maske die mühe ihrer erwerbung wert war unter ausnutzung der kraft der maske habe ich die welt bereist und jene um mich geschah die sich von den drachen verlassen fühlen die diese parasiten als götter verehren jahrhundertelang haben wir insgeheim den lauf der ereignisse für unsere zwecke verändert ihr habt euer potenzial in herrisch mit der manipulation des einhorn mädchens bewiesen jetzt könnt ihr den hof des heiligen imperators infiltrieren mein plan tritt in die letzte phase und ihr spielt eine wesentliche rolle darin also marka seid ihr bereit eure bestimmung zu erfüllen was markal was hat er denn jetzt damit zu tun einmal ein level up sehr schön aufstieg des niedermanten schließt sandros kampagne ab damit sind wir komplett durch und halten der festung lasst euch in die maske des schwarzen todes nicht die festung auf der kristallinsel abnehmen das haben wir geschafft markal markal der name kommt mir bekannt vor vielleicht aus einem ursprünglichen aus heroes 5 oder spielt er hier auch noch eine rolle wer bist du du bist vain ne markal war dann aus heroes 5 kann das sein dass es dann mit heroes 5 weiter ging ich meine das war ein nettes nettes kleines nostalgisches feature dass man noch mal an markal erinnert wurde nett okay wir sehen uns also das nächste mal mit der kampagne von rylak wieder bevor wir dann letztendlich zur letzten mission kommen zur letzten großen kampagne und dann haben wir heroes 6 komplett durch zumindest was die kampagne angeht egal ob addon oder hauptkampagnen wir sind mega mäßig geil und ich freue mich auf ihn hier bis nachher